halli hallo allerseits und herzlich willkommen zurück so ich will was gucken wir haben jetzt hier 1 2 3 4 5 6 da wäre der sechste 1 2 3 4 5 6 da wäre auch der sechste jetzt habe ich hier allerdings schon weiter gemacht ist das schlimm hier sind es vier ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann müsste ich... Wenn ich da jetzt. So, ich den einen habe nicht weggemacht, ey. So, zack, zack. Ja, komm schon, ey. So. So, und das müsste auf der Seite quasi genau... So, da war ihm schon richtig, ey. So, dann rennen wir hier so durch, plupp. Ja, das müsste funktionieren. Da habe ich jetzt sechs. Dann mache ich sieben. Auf jeden Fall bis dahin. Den hätte ich hier nämlich auch noch. Okay. Erstmal nach oben. Erstmal die anderen Sachen holen. So, jetzt mal Zement hier. Zack. Können wir gleich schon mal wieder hier, ne? Zement. Fertig. Da haben wir Stahlgerüste. Wir haben die. Dann bräuchte ich noch... Stahlgerüstrampe. Da baue ich gleich ein paar mehr von. Da können wir ja jetzt mal hier 60 Stück. Ja, sonst gehen auch schon wieder die Steine aus, ne? Also nochmal reichlich Steine kloppen. Okay. Hier weiß ich auch noch nicht so recht, wie ich es mache. Auf jeden Fall. Ich bin hier. Dann mache ich die hier. Oder mache ich hier diese... Oh, hier dahinten ist gerade einer da. Rüber gesprungen und direkt in die... Dinger reingesprungen. Da ist jetzt die Frage, ne? Ich will mal gucken. Wenn ich den... Quasi so mache. Das bringt mir auch nichts, ne? Ich bringe mir die so gar nichts. Die Säulen. Und da gibt es ihn irgendwie noch ein bisschen schmaler. Die Kette alle in Erinnerung, dass es die irgendwie noch ein bisschen schmaler gibt. Steigerüstsäule 100. Gibt es die nicht noch schmaler? Steigerüstsäule 100. Gibt es eine Alteisensäule oder so? Auch nicht. Boah, Isolator. Und dafür brauche ich noch wieder die blöde Werkzeugpiste. Das gibt es doch nicht, ey. Hm. Na ja, machen wir es anders. Kann ich nicht wahr sein. Jetzt wird da auch noch tatsächlich ein verballert. Und den auch noch schiefgeab. Aua, ey. Hm. Hm, 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 hm. Na ja. den anderen erinnern wie irgendwann mal. So, zack. Och, das gibt's doch nicht, ey. Schon wieder verbaut. Teile sind so kacke teuer, ey. So, bis dahin erstmal. Das ist ne Schreitante, die Tempo macht. Wir sehen. Hm. Wieso hab ich den blöden Verdacht, dass sie irgendwo hier eine Schwachstelle ausgemacht haben, da unten drin oder so. Also, weiß nicht. Mir ist das ganz, ganz merkwürdig. So, zack. Okay. Okay. Hier noch und hier noch ein. Zack. So. Plupp. Oh. Ach so, okay. Hab ich so gemacht. Nice so. So. Gut. Das haben wir, das haben wir. Da hinten ist schon wieder irgendjemand hier drüber weggesprungen. So, dazu ist das erstmal dazu. So. Hier kann ich jetzt eigentlich noch eben. Okay. Bis dahin schon mal hinmachen. Die gehirr, die Gerüstrampen, zack, dann. Eisenstangen. 19 Stück, 18 Stück erstmal gestern. Reicht nicht mehr. Ja, wie mach ich das denn letzten Endes. Ja, ich weiß es eben. Irgendwie noch nicht so 100%. Ich will die ganz gerne da quasi durch so einen halt Gang dann da hinten hinrennen lassen. Dies hier muss ich so langsam verschmalern. Das wird mir sonst zu breit. Das hier vorne wird nur ein Raum, wo mehr oder weniger später so die Technik reinkommt. Zack. Einmal auf der Seite und dann einmal als Redundant auf dieser Seite. Das hier vorne geht. 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 Kommt da einmal so, zack. Hm, ich weiß es noch nicht, hundertprozentig. Mensch, ich stehe ein bisschen auf den Schlauch. Ein Schlauch, aber dann gibt mir noch irgendeine Achte, dann kann ich nur die wenigsten in einmal unser ewiges, endloses Projekt hier zum Ende bringen. So, bloß nicht verbauen hier. Haha, es ist geschafft. Wir haben es endlich dicht hier. Was lange wird, wird endlich fertig. Oh, wie heißt das noch? Na, so ähnlich, ne? Ich weiß gar nicht, wofür wir die eigentlich so einen Riesenraum gemacht haben. Naja, egal. Besser haben als brauchen, ne? Aber das ist irgendwie ein bisschen unnütz, ein bisschen verschwendet. So, und da, drrrrt. Da, zwei, und zack, in der zwei, mit. Hier ein. Ja, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. So, erstmal jetzt gucken, was wir uns da für Level 100. Okay, also müssen wir noch zwei Level schaffen. Erstmal müssen wir wieder was trinken. Dann gehen wir unten im Keller, kloppen ein paar Steine. Die brauchen wir eh wieder. So. So, wir hatten hier noch was dabei. Okay, der soll die ihm fertig machen lassen. Dann gehen wir mal dicht, dann machen wir dich. Ich weiß ja nie. Okay. Ich hätte besser nach dem Weg nehmen können, ne? Ich hätte besser hier lang runter gehen können. Wäre ehrlich gesagt genauso schnell gegangen. Das ist natürlich auch noch da, ne? Das ist natürlich auch noch da, ne? Ja. Also ganz schön. Das ist ja auch noch da. Das ist ja auch noch da. Ah, da ist ein Erz oder so. Dann wollen wir da nochmal hin. So, hau weg hier. Da ist wieder Sand. Da ist noch was. Okay. Nein. Da war gleich nochmal was. Da ist noch was. Ja, was ist das denn hier? Richtig. Kannst du das Ding schon weg oder was? Da ist noch nicht mehr viel über von uns. Nee. Hm. Äh. So. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr Sand. Jetzt mal hier den ganzen Sand hier wieder wegmachen. Da war auch noch Sand. Oh, ist denn eine ganze Menge Sand noch hier, wa? Oh, oh. Ach, da ist jetzt wieder Stein. Auch interessant zu wissen. Na, auf jeden Fall ist hier eine Menge Blei, will ich mal sagen, wa? Bleihaltiger Boden. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Was hier Sand, ey, wegbricht. Überlebensgefährlich hier. So. So, gleich bricht der Tag an. Ist auch schon wieder ganz gut. Ich glaube, wir haben ja auch schon eine ganze Menge Steine hier. Junge, was für die Jahre, ey. So, das muss reichen. Ihr Lieben, wir müssen zusehen. Wir haben jetzt noch drei Tage genau bis zur Hornnacht. Stimmt gar nicht, zwei sogar noch. 56. Tag kommen sie bereits wieder. Ja, wir müssen zusehen, dass wir das jetzt noch ein bisschen fertig kriegen. Und ich hoffe, dass wir da heute nochmal ein paar kleine Fortschritte machen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.